Gut, dann geht's mal weiter. Der Schlimmerwald ist hier drüben. Ja, ist ja schon gut. Wir haben's kapiert, Hopp. Gott. Na los, ihr Gäber. Wir müssen dem armen Pokémon helfen. Ja. Ich mach ja. Hallo, Wolli. Mist, wo ist es bloß hin? Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Ja, ich begreif's. Wow. What the fuck? Ein Raffel erscheint. Aha. Tja, Pokoball hab ich noch nicht, ne? Nö. Also, let's go. Kampf. Warte mal. Ich will die Attacken umändern. Kann ich so nicht. Okay. So, Glut. Fertig. Was? Warum? Eigentlich müsste ich stärker sein. Warte mal. Komm her und brenne. Obwohl, jetzt mancher Tackle kann nicht brennen. meme. tschüss. Tja, Raffel, da hast du Pech gehabt. was sieht so hübsch aus immer eben ari hoplo bericht ich will sowieso erst mal nur die feuerattacke also verkauf heuler okay sehr gut dann go jetzt deinem hoplo gut komme ich mache schnell wieder fit so das war schon weiter geht es jetzt wird rangeklotzt alles klar danke fürs heilen und überhaupt ein micro ja dann ja blut würde ich jetzt glaube ich nicht einsetzen dann los deckel moment mal ich habe überhaupt noch gar keine pokel bilder okay dann kann es auch drauf gehen warum vergesse ich immer durch keine pokel bilder haben so das war's und tschüss danke das was eben auch gehört war das ein pokémon ruf oh mein gott kommt schon und go das war's ja sehr schön was du fack viel alter was soll das weg was soll das ich mache mir riesige sorgen um voli tja hopp hallo hopp holy shit was ist denn hier los wow dieser nebel gefällt mir gar nicht man könnte fast meinen der wald will uns hier raus ekeln was ist das holy shit hopp hallo los ich will aber nicht gegen das kämpfen eigentlich aber okay what the fuck der angriff erzählt keinerlei wirkung das geheimnisvolle pokémon betrachtet euch eingehend was zum die attacke war völlig wirkungslos wahnsinn der angriff zeigt keinerlei wirkung und jetzt kann ich gar nichts mehr sehen alles ist in ordnung mein e-gamer wahnsinn wow was ist los der angriff zeigt keinerlei wirkung und dieser nebel ich sehe überhaupt nichts ich sehe überhaupt nichts Wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst Bei jeder Gelegenheit Das ist nicht witzig Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe Ihr seid ewig nicht aufgetaucht Da musste ich euch einfach suchen gehen Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht Da fällt mir ein Was ist eigentlich mit Wolli? Es hatte sich im Wald verlaufen Und wir wollten es retten Deswegen sind wir überhaupt hier Wolli Dem geht es gut, wie ihr seht Aber als ich hier ankam Wart ihr alle bewusstlos Hört mal Auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war Ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft Einfach loszustürmen Ohne mir Bescheid zu sagen War verantwortungslos und gefährlich Aber gleichzeitig Habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen Das muss ich euch lassen Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos Aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon Hätte auch anders ausgehen können Naja, Ende gut, alles gut Moment Welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Dalian Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung Es war, als würde alles durch es durchgehen Die Attacken sind durch es durchgegangen Hm, im schlimmen Wald Soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben Aber habt ihr es wirklich gesehen Oder war das nur eine Illusion Ich hoffe, dieses Erlebnis hat In euch den Wunsch geweckt Stärker zu werden Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages Das Geheimnis des Waldes zu lüften Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren Keine Sorge Ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt Dalian hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten Aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hob Bevor wir nach Blasbury gehen Solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst Eine Standpauke pro Tag reicht, Dicke Jep Ich mach ja schon Ich werd immer alle hier rumgeschickt und rumgehetzt, Alter Da kann ich auch gleich die Dalian-Pose machen So Oh, das ist ja mal ein süßes Poplo Ihr wollt nach Blasbury, um euch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Dalian hat mir schon davon erzählt Hier ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn Kauf dir davon im Pokémon Center ein paar Tränke Und was du sonst noch so brauchst Und kümmere dich gut um deinen Hopplo Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt Verlang ihm nicht allzu viel ab Verlang ihm nicht zu viel ab Hopp Und du, Hopplo, fass mir gut auf meinen E-Gamer auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen Hi, Mom Oh, Hopplo sieht so aus, als könnte es eine Pause gebrauchen Ruhe euch kurz aus Oh, dieser Psychoblick Mit Pokémon an deiner Seite ist keine Reise zu weit Und wenn es ihnen gut geht Kommt auch dein Lächeln von ganz alleine, stimmt's? Ja, es stimmt Alles klar Sehr schön Hopplo ist schon Stufe 7 Nice Dann können wir uns aufmachen hier Zum Pokémon Labor Los geht's Ach ja, es ist echt hübsch Also viele meckern ja, ne? Aber ich, ich mag das Spiel eigentlich Ich hab auch meine 1, 2 Kritikpunkte Dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist Aber ansonsten mag ich es wirklich Es ist echt ein hübsches Spiel Ein schönes Spiel Okay, es geht los Das ist der erste Schritt Auf meinem Weg zum Titel des Champs Ich werde im hohen Gras Ein bisschen mit meinem Gympad trainieren Wir treffen uns dann Am Pokémon Labor, ja? Das ist das Gebäude Mit dem violetten Dach Und dem rot-weißen Ball vorne drauf Ja gut Da wir keine Pokébälle haben Brauche ich dann nicht zu trainieren Pass auf, dass du Die schlafenden Wolli nicht aufwächst Ja, aber vielleicht Ich muss ich ja erstmal trainieren Wow Danke dafür Ich finde es einen Trank Cool Aber die Pokémon da ignoriere ich alle Denn ich kann sie ihn nicht fangen Zwei Parahaller Nehmen wir mit Sehr schön Wir umgehen die ganzen Pokémon Und sind jetzt hier wieder Oh Moment Das Glorak kenne ich doch Ha Da ist der Champ Hey Glorak Ja Ja Ein stärkeres Glorak Habe ich noch nie gesehen Wow Geilo Ne? Der Champ ist hier Oh mein Gott Der Champ Wow Du hast hergefunden Gut gemacht Als ich zum ersten Mal nach Blasberry musste Habe ich mich erstmal gründlich verlaufen Junge Du hast einen Glorak Wie kannst du nicht verlaufen? Flieg doch einfach mit ihm irgendwo hin Dein Glorak hat einen besseren Orientierungssinn als du Junge Ich äh Habe es nicht so mit der Orientierung Nein Sag bloß Wenn man mit Pokémon unterwegs ist Sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt Was? Ohne Glorak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden Danke fürs Herumlotsen Partner Aber genuge Quatsch Komm Lass uns reingehen Unglaublich Wie viele interessante Bücher Professor Magnolica Zusammengetragen hat Nicht dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte Boi 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 Dallien Was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen Was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas Hallo Woldi Na mein Kleiner Danke dass du mich Immer Dass du mich immer An mein Ziel bringst Sicher an mein Ziel bringst Dieses Pokémon heißt Woldi Ich habe dir ja schon gesagt Dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe Woldi hat mir schon Oft aus der Patsche geholfen Wenn ich mal wieder Wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte Und diese junge Dame dort Ist sein Trainer Niemand kocht schneller als sie Hallo So stellst du mich vor? Glaubst du unsere gemeinsame Zeit Als Arena Challenger Ist ein Freifahrtschein Für blöde Witze? Dabei musste ich dir Mindestens genauso oft Aus der Patsche helfen Wie Woldi Freut mich jedenfalls Dich kennenzulernen Ich bin Zania Die Assistentin der Professorin Du nimmst mich mal wieder Viel zu ernst Aber weiter im Text Das ist E-Gamer Ein frisch gebackener Pokémon Trainer Würdest du ihm ein paar Tipps Mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht Sonst noch irgendwelche Wünsche Meint der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst Kein Wunder Dass er sich stärker Ständig verläuft Wenn sein Kopf Immer in den Wolken hängt Oh Du hast ja auch Einen Smart Rotom Hey Rotom So ein Smart Rotom ist schon was Tolles Besonders die Karten- und Navi-Funktion So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können Außer Dalien natürlich Aber jetzt sag mal Wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein Profi Na sieh mal leider an Dann bleibt mir ja nicht viel mehr zu tun Als den Pokédex auf deinen Smart Rotom zu installieren Achja Der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolica Meiner Großmutter Könntest du bei ihr vorbeischauen Und ihr sagen Dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus Ganz am Ende von Route 2 aufhalten Yeah Sehr schön Pokédex haben wir auch Das heißt wir können jetzt hier schön Pokémon fangen Und ja So nice Aber wir haben noch keine Pokébälle oder? Doch haben wir wohl Ja dann Läuft Dalien hat sich zu einem hervorragenden Champ gemausert Während ich mit der Arbeit als selbsternannte Assistentin zufriedengeben musste So habe ich mir das Licht vorgestellt Tja So sieht's aus Wir haben unseren Pokédex Yeah Ab geht er Hallo junger Trainer Pokémon Trainer Tut mir leid dass ich dich einfach aufhalte Du warst doch gerade im Pokémon Labor oder? Dann hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen Ich kann einfach nicht anders als neue Trainer anzusprechen Und ihnen etwas unter die Arme zu greifen Hier für dich Wer hält seinen Trank? Verschoss den Trank in die Medizintasche Das ist ein Trank Setz sie hinein wenn dein Pokémon Kraftpunkte oder kurz KP verloren hat Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen Wissen ist Macht Wer sie informiert hat schon halb gewonnen Sprich daher immer so viele Leute an wie du nur kannst Und liest genau was auf den Schildern steht Yeah Ich habe einen Trank bekommen Yeah Ab geht er Wenn du dich auf deinen Reisen verirrst Wirf einfach einen Blick auf die Karte Hier auf dem Land geht es recht ruhig zu Die Großstadt dagegen wird sich umbauen Ist das so Oh hi Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon Labor Oder suchst du Professor Magolia Magnolica Die findest du in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 Sehr schön Dann gehen wir jetzt Zur Route 2 Yeah Oh man Ich weiß jetzt schon Wie ihr mich dafür hassen werdet Ich weiß doch was auf dem Schild stand Das es hier mal gab Nach rechts geht es zum Pokémon Labor Auf der anderen Seite liegt der Bahnhof Ach ja Das war ein schönes Schild Ja toll Dafür gibt es dich jetzt hier oder was Ich wollte eigentlich auch ein Pokémon Trainer werden Wenn ich mal groß bin Aber ich finde es voll schwierig Wie Dallion den ganzen Tag Nur an Pokémon zu denken Dallion ist einfach unglaublich stark Er ist eine richtige Berühmtheit Wahnsinn Wahnsinn Ich habe Dallion am Bahnhof gesehen Selbst von weitem strahlt er stärker aus Wow Die Chlorac-Pause Wenn ich die gleiche Pose wie der Chip einnehme Fühle ich mich direkt stärker Genau Deswegen habe ich sie auch adoptiert Yeah Dallion Time Woo Oh Hallo Einfach fantastisch Wie sich die Landschaft stetig verändert Wenn man aus dem Zugfenster sieht Echt Willkommen beim Pokémon Supermarkt Was soll ich das tun Etwas kaufen Du hast nichts was ich kaufen möchte Nein Du kannst mir nicht die Dann geh weg Tschüss So Raspberry Cool Wir haben ja alles gemacht Dann gehen wir Weiter Yeah Ab geht er Oh boy Zania hat den Pokédex auf seinen Smart-Motor installiert Stimmt's Dann geht's jetzt richtig los Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team Ab jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten Schließlich will mit es da draußen nur von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern Wenn dein Team erschöpft ist dann such schnellstmöglich so ein Pokémon Center auf Alle Pokémon Center sehen gleich aus Du kannst dir also gar nicht verfehlen Komm werfen wir mal einen Blick hinein Mir nach E-Gamer Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon Center E-Gamer? Na eigentlich kenne ich mich schon aus Na dann muss ich dir ja nichts mehr erklären Was? Wenn ihr echte Pokémon Trainer werden wollt Müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen Gute Idee Dankeschön E-Gamer Ich geh schon mal zur Route 2 Komm einfach nach Sobald du hier fertig bist Oh sehr schön Cool Äh ja geil Pokémon Markt ist gleich auch hier im Pokémon Center Ja geil Wo werden wir nur ohne die Pokémon Center? Hier kannst du deine Pokémon heilen lassen So oft du willst Und sogar kostenlos Hm ich bin dann Ja ok Warte So Wilde Pokémon können zwar gefährlich sein Aber nur so lange bis du sie fängst In den richtigen Händen hat jedes von ihnen das Potential Ein zuverlässiger Partner zu werden Schön Ich bin dein Ansprechpartner in Sachen Pokémon Was darf sein? Na wir werden eine Attacke erinnern Eine Attacke vergessen Ok cool Ok komm gerne wieder vorbei Nice Hier ist also der Attackenverleiher Schön Ein Pokémon Supermarkt Ich will was kaufen Nein du hast keine Bälle Du bist uninteressant Du lurch So Pokémon Brauch ich nix Sehr schön Aber vielleicht muss ich die AP generieren Ich guck mal Yeah Richtig schöne Animation Nice Vielen Dank für deine Geburt Dein Hoppla ist wieder topfit Alles klar Schwester Joy Ciao Rocky Oh Rocky Joy Oh Joy Yeah Yeah Upgetter Ja Ha 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 ha.